was geht ab hier ist der kelvin und herzlich willkommen zu diesem vlog es geht für ein paar tage nach gran canaria in ein hotel in den abstand ich bezeichne so etwas nicht als urlaub denn ich arbeite ja an der regeneration an den ideen an der weiterbildung und 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 ich werde jetzt während diesem blog wo ich euch so ein bisschen mitnehmen auch immer wieder ein paar tipps raushauen und starte jetzt auch direkt mit einem tipp denn wir haben jetzt oster wochenende und es war so ich kann nur noch in das hotel über so eine pauschalreise wollte dann mit dem auto an den flughafen fahren und da war einfach jeder parkplatz belegt und grüße gehen raus an rené der mir gestern abend in dem livestream gesagt hat dass die also wenn man eine amex hat ich habe eine platinum da ist ein parkservice mit drin und das wusste ich nicht und jetzt muss ich nicht mit dem zug fahren auch wenn ich zurückkomme ich komme mit der nacht irgendwie zurück und wir hätten auch einen zug finden müssen du fährst mit dem auto in frankfurter flughafen kannst du das auto denen geben die parken ist dann auch günstiger und später kann es wieder abholen und dann geht es wieder zurück wusste ich nicht dass dieser parkservice mit drin ist für alle die eine amex karte haben tipp an der stelle jetzt geht es an den frankfurter flughafen werde da noch ein checken ich schaue mal dadurch dass eine pauschalreise war gab es kein businessglas ich gucke mal ob ich vor ort vielleicht noch ein upgrade bekommen wenn man eine amex hat sorry wegen der werbung an der stelle aber da gibt es eh so ein priority pass dann kommt man in so ein paar geile launches rein jetzt gucken wir mal ich nehme euch mit dieses video ist auch eine erinnerung an mich selbst ne also das ist ja mein tagebuch youtube kanal deswegen gehe ich da manchmal so ein bisschen ins detail also freunde abfahrt so freunde ich bin jetzt am frankfurter flughafen angekommen das war schon erlebnis das auto abzugeben aber sowas von bequem das ging total schnell man muss einfach in den bereich oben rein fahren dann hältst du recht da kommt einer angerannt macht ein paar bilder vom auto und dann geht es schon weiter also das war das war geil ja jetzt bin ich am flughafen jetzt muss ich erstmal einchecken muss erstmal gucken wo der schalter ist ja so viele leute ungewohnt leute ich verrate euch jetzt noch mal einen kleinen trick wenn eine lange schlange ist bei echo ihr stellt euch einfach bei business an und fragt was ein upgrade kostet und selbst wenn ihr das upgrade dann nicht nehmt checken die euch trotzdem bei business für echo ein die schicken euch nicht wieder weg so könnt ihr schlangen umgehen hey das habe ich schon so oft gemacht jetzt wollte ich aber gerade wirklich ein business glass upgrade aber die hatten keins mehr shit das heißt ich fliege jetzt echo jetzt wo ich aber als nächstes erstmal die prio launch wo man reinkommt wenn man so ein priority pass hat und schill mich da noch ein bisschen hin so freunde ich habe es geschafft mit guter rhetorik eigentlich geht das nicht aber freunde jetzt mal ohne scheiß das war wirklich eine knappe nummer eigentlich habe ich ja nur den prio pass und es wäre eine andere launch gewesen aber wie gesagt wenn man nett ist zu den menschen dann machen die oft so freunde das war es jetzt mit der business launch jetzt geht es richtung gate dabei natürlich noise canceling kopfhörer eine schöne klassische entspannungsmusik im hintergrund ich höre nichts von dem ganzen lärm der sich hier befindet das super entspannt hey leute diese dummheit muss sich kurz festhalten ich habe mich so verlaufen dass ich jetzt schon wieder durch die sicherheitskontrolle bin ich check es nicht also dieser frankfurter flughafen zweimal den ganzen prozess durchlaufen so freunde jetzt machen wir mal einen kleinen kameratest ich wollte immer mal aus dem scheiß haus der echo klasse video aufnehmen also ich habe kein business class upgrade bekommen ich war zwar in der business launch aber ich habe kein upgrade bekommen ich hoffe das geht jetzt mit dem ton hier also der echo flug geht eigentlich was so den sitzkomfort angeht da will ich mich gar nicht beschweren aber weißt du mir fehlt schon so das essen viel zu wenig getränke dann kaufst du so eine kleine cola irgendwie für zwei drei euro also das ist schon hart das ist schon hart aber anyway je nach dreiviertelstunde sind wir da so freunde angekommen viele wolken 20 grad let's go koffer empfang freunde jetzt geht es nach draußen schildersuche agentur reiseagentur schau ins land gucken wir mal ob man die finden ich habe das kuvert bekommen ich kenne die busnummer jetzt geht es noch kurz zum spa was zu trinken holen ich habe mir gerade gedacht ey weil ich der letzte bin entweder die die anderen hotels waren besser und das hotel ist scheiße wo ich jetzt bin oder ist einfach zu teuer aber sieht gut aus endlich angekommen so freunde ich habe jetzt gerade mal den spa bereich abgecheckt der muss riesig sein da filme ich natürlich nicht mit aber da gibt es ja noch mal so zehn verschiedene becken mit verschiedenen temperaturen und wasserfällen und so weiter und ich habe jetzt mal eine massage gebucht für montag noch ja für morgen ist leider der spa bereich komplett dicht keine chance mehr deswegen morgen dann ganz normal cool draußen und dann dienstag im montag und dienstag mittag jeweils vier stunden im spa bereich und ich bin sehr gespannt so sieht es von hier aus freunde diese anlage sehr riesig und guckt euch jetzt mal das an also die haben hier 7.000 zimmern also wie soll ich bei 7.000 zimmern durchblicken also geht es denn hier lang und ist jetzt kein scheiß ich renne jetzt hier schon seit 20 minuten rum ich blick es nicht wo ich bin das ist das ist ja noch krasser wie die dubai mall wirklich ich bin glaube ich noch sehr weit von meinem zimmer entfernt hey freunde ich bin jetzt angekommen und ich schwöre es euch ich bin noch nie noch nie so lange in einem hotel unterwegs gewesen um ein zimmer zu finden die haben über 7000 zimmer also das war jetzt richtig hart so kleiner tipp noch am rande ich habe immer airtags dabei keine ahnung ob ihr wisst was es ist habe ich in meinem rucksack in meinen geldtaschen in meinem koffer das falls mal was weg kommt sehe ich genau am handy wo alles ist das sind so versteckte sensoren hier und die haben so viele pools ich gehe jetzt gleich mal zum abendessen und dann gucke ich mir das mal an wie hier so die lage ist aber hier der hier ist auch schon mal ganz cool ich war jetzt beim essen freunde und habe gar nicht mit gefilmt das ding ist da war wirklich ein 50 meter langes buffet und ich komme mit noodle und sauce zurück hey da bin ich echt überfordert da fehlt mir echt meine frau aber ja die nächsten tage werde ich da wohl ein bisschen viel zeitiger werden und guck mal jetzt das ist doch eine geile view oder ich setze mich jetzt noch hier hin lese noch ein bisschen was guck mal bei uns ist jetzt 20 uhr 34 mit kurzen sachen noch draußen das hat mir gefehlt bis morgen so freunde ich war jetzt frühstücken kleines schmeckle würde der schwupp sagen ich wollte mir gerade noch ein brötchen mit einpacken und mitnehmen zum pool da haben sie gesagt verboten sag ich warum ja mein boss hat gesagt also mal ein brötchen einpacken vom buffet und mitnehmen geht nicht selbst wenn du es nicht runter kriegst dann musst du das essen wegwerfen aber nichts mit einpacken und mitnehmen das ist schon naja naja so freunde ich war jetzt hier zwei stunden etwa am pool ich werde keine wanderung machen aber ich gehe spazieren auf jeden fall das ist mir zu großflächig hier am pool ich habe auch eben gerade so ein bisschen powernap gemacht und alles und ich werde später auf jeden fall nochmal an den pool gehen und dann weiter wieder ein paar stunden lesen und so aber ich brauche jetzt ein bisschen bewegung das geht gar nicht so deswegen gehe ich jetzt mal die promenade ein bisschen entlang werde mir kopfhörer reingeben bisschen meditationsmusik hören und so in die stille gehen weil wie gesagt hier es ist auch noch nicht heiß genug irgendwie ich will so ein bisschen in die sonne und hier ist alles noch ein bisschen zu schattig das ist jetzt also gerade so stand der dinge jetzt gehe ich ins hotel ziehe kurz andere sachen an also aufs zimmer und dann mache ich einen kleinen spaziergang also eins ist auf jeden fall klar freunde ich erlebe hier einiges ich habe gerade so einen abgesperrten fsk 18 bereich gefunden und habe gedacht naja da kann man sich hinlegen das sind keine kinder da ist schön ruhig lege ich da natürlich angezogen kommen da menschen rein ziehen sich alle aus alle 60 plus habe ich mich nicht wohl gefühlt bin wieder gegangen ok finde ich geil freunde kleiner einblick hinter die kulissen ich sitze jetzt hier auf dem balkon und schaue mir ein paar dokus an die sonne wird in einer halben dreiviertel stunde hier in den balkon reinballern und dann werde ich auf jeden fall noch ein bisschen mein gesicht in den in den sonnen halten ich war vorhin noch eine runde schwimmen jetzt geht es zum abendessen und dann schaue ich mir den film smile an der soll angeblich sehr sehr heftig sein meine tochter hat gesagt ich soll mir den unbedingt anschauen das mache ich später jetzt auf jeden fall der wind ne es sind jetzt schon am morgen 25 grad aber heute wird der ganze tag der wind pfeifen also vielleicht noch mal ganz kurz was zum wetter es ist permanent sehr sehr warm ich habe ich sehe jetzt auch gleich wieder meine jacke aus ich dachte es wäre kühler aber die sonne ist schon so manchmal ein bisschen mangelware ne so die direkte sonne und wie gesagt heute soll es den ganzen tag pfeifen vom wind her bin ich mal gespannt ansonsten wetter aber ist gut ja das ist übrigens dieser bereich wo ich die letzten tage war der scheinbar fkk ist ich habe keine ahnung ich gehe da jetzt rein weil er direkt zur sonne zeigt und da ist noch niemand aber sobald jemand kommt gehe ich ich bin wieder in dem fkk bereich angekommen ich zeige ihn euch mal da ist noch keiner drin eigentlich ist es wahrscheinlich noch nicht mal ein fkk bereich sondern einfach nur ein bereich für erwachsene wo keine kinder sind aber da waren sie gestern nackig egal ich bin jetzt hier und wenn jemand kommt hier ist genau mein fluchtweg nach draußen also der ist gesichert ich bin ruckzuck raus dann ich habe mich entschlossen ein bis zwei stunden hier zu verbringen weil hier schön wind geschützt ist tolles wetter da lese ich jetzt ein bisschen plane ein bisschen den nächsten jacobs weg den ich im juli gehen werde let's go junge 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 ich sag es euch ich bin so froh dass ich den spa bereich nochmal für morgen gebucht habe ich war ja noch nie in der sauna und so ne und in dem spa bereich 90 grad sauna danach in so eine iglu höhle 5 grad wo du dich mit eis einreibst dann in ein salzbecken wo du so floaten kannst wo du dich rein legst und nicht unter gehst und noch unzählige andere räume alter ist das gut also morgen wieder vier stunden der hammer schönen guten morgen freunde heute ist der letzte volle tag in gran canaria es ist 9 uhr ich gammel hier noch im bett rum war ein bisschen am ipad gesessen und frag mich gerade ob ich nach draußen gehen soll also um 10 uhr ist meine frühstückszeit da gehe ich auf jeden fall hin um 12 uhr habe ich noch einen massagetermin um 14.30 Uhr geht es dann in den spa bereich der gestern wirklich sensationell war also gerade das thema sauna und dann eis ne in so eine eishöhle und im spa bereich gibt es auch ein outdoor garden also da sind auch wirklich keine kinder und ich glaube da werde ich dann so ab ja so ab 16 uhr 30 werde ich dann da in diesem garten sein bis zum abend ich glaube so sieht heute der tag aus und morgen geht es dann wahrscheinlich erst gegen nachmittag hier weg da kriege ich aber noch infos das ist der plan so freunde kurzes update 28 grad ist jetzt gleich 12 uhr ich gehe jetzt noch mal zur massage dann kurz was zum mittagessen und dann gehe ich in den spa bereich weil es der einzige bereich der wirklich ruhig ist und da gibt es auch einen schönen outdoor bereich und ich bin ja nicht in der mittagsverpflegung hier drin deswegen ein bisschen leberwurst ein leberwurst brot mittags das muss reichen ja so essen wir jetzt was und dann geht es in den wellnessbereich so freunde fertig mit spa ey ich verstehe nicht das soll doch viel erholung sein wenn ich da raus gehe bin ich immer fix und alle boah alte saunagänge wieder das eis ding boah aber das tut gut ich muss gucken dass ich das irgendwie zu hause fortführen kann aber ich weiß halt gar nicht ob es da sowas gibt aber da habe ich was für mich entdeckt das war schon geil so wir haben jetzt 17 uhr 41 morgen um 13 uhr werde ich abgeholt dann geht es wieder nach hause jetzt erstmal zurück aufs zimmer kurz duschen kurz relaxen und dann kräftig abendessen es ist wieder soweit freunde date night allerdings date mit mir selbst ich geh jetzt essen hab das gefühl ich bin da alleine also der einzige der alleine ist weil hier nur pärchen sind und familien aber hey das klingt jetzt komisch aber das nennt man selbstliebe wenn man noch nicht mal mit sich selbst alleine zeit verbringen kann wie willst du dann erwarten dass andere mit dir zeit verbringen also von dem her ich date mich jetzt gerne selbst außerdem habe ich hunger let's go so jetzt mal ehrlich freunde ich sehe doch super seriös aus oder guckt euch mal den pool an hey der ist jetzt in der unschärfe der ist brutal der ist brutal der ist brutal der ist brutal der war in der letzten zeit der maschine letzter tag freunde ich werde um 13 uhr abgeholt bis 12 uhr muss ich auschecken jetzt haben wir 10 uhr ich gehe jetzt gerade zum frühstück und nach einigen tagen habe ich jetzt auch den hinterausgang entdeckt wo man direkt hier ins freie kommt direkt am pool den ich heute aber nicht mehr nutzen werde ich muss ganz ehrlich sagen so ich fühle mich nicht motiviert hier noch an den pool zu gehen oder was auch immer ich freue mich jetzt echt wieder auf zu hause also der spa bereich und so das war mein absolutes highlight hier und ansonsten viel gelesen viel weiter gebildet was der eigentliche sinn und zweck war das hat alles super geklappt aber absolutes highlight der spa bereich und ansonsten ja so eine pauschalreise ist viele verpflichtungen frühstückszeiten hier und da also es ist viel freiheitseinschränkung viel los viele menschen ja aber es war auf jeden fall es hat sich gelohnt ob ich es nochmal machen würde ne ich glaube nur mit der familie aber alleine denke ich ist es mir zu unruhig freunde ich habe leider wieder kein business glass upgrade bekommen sehr sehr schade aber aufgrund der amex und des priority passes kommt man halt trotzdem in gewisse launches hier rein das ist ganz cool aber ich wäre gerne ein business glass beflogen so freunde 22 uhr 40 deutscher zeit gerade gelandet performance level 1,7 das heißt morgen gibt es einiges aufzuholen was energieaufladen angeht also das ist schon hart ne ich komme hier definitiv nicht erholt an so aber das war ein kleiner einblick das war eine erinnerung an mich selbst es wurde alles gesagt freunde und ich würde sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal